So, damit könnte man nämlich hier diese... Was zur Hölle ist das? Achtung! Wir brauchen Verstärkung! Na, Kommandos! Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Sir! Stirb, du Kaltblütiger! Ich glaube, ich schieße zu früh. Den kann ich noch gar nicht treffen. Ah, Scheiße, was? Jetzt habe ich natürlich meine guten Dinge hier alle verballert. Oh, oh, oh! Er macht Ärger! Uh! Ich bin gerade auf einen schwer bewaffneten Trandoshaner gestoßen. Und es war ganz sicher kein Sklavenhändler. Roger, war vermutlich ein schwerer Angriffshöldner. Trandoshanische Elitekämpfer. Ich habe gehört, dass sie mit LS-150-ACP-Repetiergewehren ausgerüstet sind. Sie haben richtig gehört. Eklige Waffen. Die sind... Ja? Wir laufen auch langsamer. Habe ich das Gefühl, wenn wir die ausgerüstet haben? Aber die machen richtig gut Ärger. Diese Püften haben wir ja gerade gesehen, wie wir wieder einstecken mussten. So. Aber habe ich es geschafft. Ja, auf easy. Trotzdem habe ich es geschafft. Ich nähere mich dem Treffpunkt. Verstanden, Sir. Verdammt, ich hasse diese Sammler. So, Rina. Oh, gerade. Einfach so gespawnt. Nichts. Hier ist sogar nur hinweggerannt. Hä? So, haben wir hier irgendwo mal ein bisschen... Da. Sehr gut. Was ist da gerade in die Luft geflogen? Delta 4-0 am Treffpunkt eingetroffen. Ach, da drüben. Hinter Ihnen! Oh. Sieht aus wie ein Träger für Kampfdruhen. Die Türsteuerung ist blockiert. Ich versuche, Sie zu hacken. Sir, halten Sie Ihre Position. Halten Sie sie noch ein paar Sekunden zurück. So, und der spawnt jetzt ständig neue Gegner? Steuerung gehackt! Tür öffnet sich! Sir, ich decke Sie! Verschwinden wir hier! Nein! Vergessen Sie es, Sir! Verschwinden wir! Nein, wir schwimmen Ihnen hier noch! Vergessen Sie die Droiden! Verschwinden wir hier, Sir! Zurück, Deltas! So, jetzt verschwinden wir hier! Also, ich glaube, wo ist Hackman vor? So, damit haben wir jetzt 40 auch wieder im Team schon mal zusammen. Und, äh, da stand's gerade, Eulka. Hier sammeln wir jetzt erst mal das Team zusammen. Klavenhändler! Helden Sie, willkommen! Hier auf dem Lehrbuch! Granate! Excellente Treffer, Team Leader! Ah, den hätte ich vorher da hinten mal treffen sollen. Erhöhte Vorsicht! Jetzt haben Sie kämlich! Okay, weiter geht's! Das da unten ist 07. Sie verhören ihn. Erteilen wir diesen Echsen eine Lektion. Was machen die hier unten? Ich schreie noch mal den Droiden an, oder? Oh nein! Ach, süß! Gute Schütze! Bestätiger Abschuss! Brando Scharner! Kein Mann, das senkt, Sir! Dies ist ein Sperrgebiet. Ah, halt! Stopp, 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 stopp! Die automatische Schütze sind online, aber dieser Brando hat die Steuerung zerstört. Wir können sie nicht abschalten! Okay, alles klar! So, was haben wir hier geschafft? Angriffsformation einnehmen! Roger! Geben Sie uns mit dem Geschütz Deckung mit der Beifahrung! Genau, hier auf das Geschütz. Und sieh zu, dass hier der Weg freiräumt wird. Delta-Geschütze ist bereit! Brando Scharner eliminiert! Das ist wohl wahr! Ich denke, es ist besser, da leise reinzugehen. Ich brauche Feuerschutz. Ja, ja, bin da. Alter, hier ist aber okay, der hier. Au! Alter! Oh shit, jetzt kommt hier nochmal so ein Vogel. Dann nichts wie hin, bevor ihn die Schuppies in die Mangel nehmen. Nicht gut. Schafft wird sich das jetzt alleine? Der bewegt sich nicht. Oh! Ich brauche Hilfe, Kommandos! Unterstütze Team Leader! Schauen wir mal, ob er es schafft. Ach, komm, probiere mich. und will sie nicht umnehmen sie back da sollte hat schon unterwegs danke für die helfe wenn sie sich ein bisschen back der data versorgt bleib mal bitte noch hier wir müssen erstmal hier alle wieder aufladen ich habe nicht besser gekonnt tut das gut ja bei mir nicht gehen wir mal weg formation einnehmen so jetzt können wir wieder etwas offensiver werden hier auch gehen wir auch hin gewesen na gut suchen wir data 62 ja wohl position wollen nicht noch mehr vor entdeckung die formiert sich das klaren händler einer weniger gesichert gehen wir weiter von hier haben wir freies schussfeld konzentriere mich auf ziel von hier haben wir freies schussfeld so wollen wir die jungs und mal von hier haben wir freies schussfeld so wo geht es denn jetzt weiter hier gibt es erstmal munition und dann ist es gesagt dass alles klar präzisions schuss abbrechen kommando dann von hier haben wir freies schussfeld genau du bist dahin gehen wir weiter von hier kriegen wir sie nicht alles klar alles klar dann machen wir erstmal hier das mache ich mal die jungs da hinten halten wir den rücken frei das klang nicht gut deckung deltas volltreffer so die beiden stehen noch da präzisionsschuss vorbereiten deltas so hier war ein gang ein haltet euch von den minen fern was für minen und 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 Wir haben ja hier unseren Schaftschützen. Du holst hier mal ein bisschen Bacta. Na also. Laut der Baupläne führt diese Tür zum Kontrollraum des Zellentraktes. Dies ist ein Sperrgebiet. Automatische Sicherheitssysteme sind online. Termin nämlich 3-8. So, das heißt also, hier sind Geschütze. Hier können wir nämlich schon mal reingucken. Dann sollten wir vorher das Geschütz hier beseitigen. War da noch eins oder nur das einer? Aber noch eins. So, dann können die mir aber nicht mehr gefährlich werden, weil wenn wir jetzt hier reinkommen, wären die gegen uns. So, wir gehen bitte leise. Genau, leise. So, damit haben wir das jetzt hier auch schon mal unter Kontrollen. Dann gehe ich mal hier ran. Gut, ich mach da mal. Das konntest du doch von da aus gar nicht sehen. So, damit ist das Delta-Team... Ja, genau. Nein, haben Sie die Daten? Ja, Sie haben mich durchsucht, aber ich hatte die Daten gut versteckt. Wo genau? Das wollen Sie gar nicht wissen. Alles klar, Delta ist Bewegung. Die Feinde haben gerade die Barrikade gesprengt. Vorsicht, der Feind hat Verstärkungen gefordert. So, machen wir das. Nicht mehr wieder okay. Delta, formieren Sie sich. Seele eliminiert. Positiv. Ja, danke. Dann können wir in diese Richtung hier weitergehen. Ach, nee. Oh, jetzt rennt er mir hier vor. Da hinten ist ein Lorena. So, und das ist dann wieder ein bisschen zu leicht hier. Wir müssen darauf, Team. Rechnet mit allem. Schwierigkeit dazwischen hätte ich gerne gehabt. So, nur ein bisschen leicht. So. Angriffsformation einnehmen. Wir lassen die Jungs mal wieder hier ein bisschen offensiver vorgehen. Sie sind überall. Kurter Schuss, die Brüder. Wir haben gar nicht so was verstanden. Der ist verletzt. Ups, das war mal einer. Dieser. Erledigen wir sie von hier, Delta. Geh in Position. Allzeit bereit, Sir. Das ist keine Tür. Geh in Position. Gehen wir weiter. Bewegung. Ach, schon wieder den Falschen. Okay, da hinten scheint es weiterzugehen. Das ist auch keine Tür. Okay, also Geschütze. Gehen wir rein, leise. Gehen wir rein, leise. Gebt mir Deckung, Delta. Bin einsatzbereit, Delta. So, darum erstmal reinhacken. Ich glaube, wenn du mit, äh, die Tür aufspringen reingehst, dann sind die Schütze auf jeden Fall gegen uns. So, könnte man Glück haben, dass du weiter inaktiv leihnen. Das war erst der Anfang. Angreifer eliminiert. So, das nehmen wir mal sicherheitshalber auch raus. Ist das jetzt hier eine Tür? Okay, so, ja, das ist eine Tür. So, gibt es hier was zu holen? Nein, ein paar Gramm haben wir mal hin. Okay, da geht weiter und hier ist nichts, oder? Nein. So, dann bitten wir... Hack, hack. Ja. Okay. Boah, da gibt es endlich wieder Munition. Humpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bacta, Soldat. Besorge, Bacta. Dies ist ein Sperrgebiet. Automatische Sicherheitssysteme sind online. Ihr wisst, was das bedeutet. Mehr Geschütze. Gehen wir rein, leise. Das hat geholfen. Ich brauche Feuerschutz. Von mir aus ganz losgehen, Leader. Na dann los. Toll, Nilsfottenboss. Ich nehme die Sicherheitshalber-Potzung auf. Ja, hier ist leer. Da geht es weiter, alles klar. Schauen wir vorher aber hier nochmal rein. Ach, guck an. Und hier gibt es nochmal Munition. Ja, richtig nachgucken lohnt sich. Ach, guck mal, hier sind nochmal zwei Schütze gewesen. Was heißt, wären gewesen, waren noch da. So. Hack-Protokoll initialisiert. Ja, wir gehen nicht. Wir fangen an. Wird ein Weilchen dauern. Wir gehen ja trotzdem wieder ruhig rein. Fast geschafft. Ja. Tür gehackt. Wir können jetzt rein. Noch ein Träger für Kampfdroiden. Woher kriegen die Trandoshaner die ganzen Waffen? Gerade nach. Radikale Umstrukturierung initialisieren. Bin unterwegs. Ein Merkliniker. Delta-Team formiert sich. Guter Schuss, Team Leader. Sprengwepfler 4-3-1. Achtung, Granate. Hier ist irgendwas Diggeres. Das war nicht gut. Ah, da sind wir noch hin. Moment. Wir müssen mal so hier vorgehen. So, solange der betäubt ist, kann er mir nicht tun. Ziel eliminieren. Ich muss nachladen. Der ist erledigt. Delta, formieren Sie sich. Trollen wir es. Diese Tür führt zur Brücke. Wir sollten mit einer Begrüßungsfeier rechnen. Rechnen Sie die Tür auf. Jetzt erledige ich erstmal reihenweise, Feinde. Wenn ich sie nicht vor dir erledige. Konzentrier dich bloß nicht so stark auf Zählen, dass du vergisst, mir Deckung zu geben. Wir sind drin. Dann räumen wir hier mal auf. Tranko erledigt. Lager. Gute Arbeiten wieder. Traubenhändler, bleibt nicht zusammen. Reaktieren Sie vor. Zielbereiche in Sicht. Oh. Habe ich ihn? Habe ich gar nicht. Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. Seht jemand den Störsender? Vielleicht da oben bei der Plattform. Ich muss hier immer nur sehen. So, ich muss hier immer nur sehen bleiben. So, haben wir jetzt. stöder sender lokalisiert das müsste jetzt aber mein jungs und regeln können die sind ja alle in der position das machen sie gut alles gesichert gut dann werde ich mal hier den stör sender weg besprengen